Herzlich Willkommen zum siebten und letzten Video zu Francis Fukuyamas Buch Identität. In diesem Video geht es um mögliche Lösungsansätze von Francis Fukuyama. Zur Krise der Demokratie, die er eben in seinem Buch Identität versucht darzustellen. Francis Fukuyama nennt und beurteilt Ziele und Maßnahmen, mit denen er meint, dazu beitragen zu können, den Zerfall der Gesellschaft in einzelne Gruppen und den Aufstieg populistischer Parteien in demokratische Staaten verhindern oder abschwächen zu können. Fukuyama meint, dass größere Teile Europas mit Hilfe der Europäischen Union zur wirtschaftlich erfolgreich sein, aber noch keine europäische Identität entstanden sei, welche die bisherigen Nationalidentitäten, wie zum Beispiel jene der Bevölkerung Frankreichs, Italiens, Deutschlands oder Österreichs ersetzen könnten. Da diese europäische Identität im Gegensatz zum Beispiel zur Identität der USA noch nicht vorhanden sei, müsse man laut Fukuyama jeweils das Nationalgefühl, nicht einen Nationalismus, der demokratischen Staaten fördern, um eine größere Einheit, Einheit und Geschlossenheit der jeweiligen Gesellschaften zu erreichen. Damit demokratische Staaten eine nationale Identität erfolgreich entwickeln und festigen können, schlägt Fukuyama vor, eine sogenannte westlich-demokratische Leitkultur anzustreben. Kennzeichen der westlich-demokratischen Leitkultur sind unter anderem das Eintreten für die Werte der europäischen Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, wie zum Beispiel die Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Damit die Orientierung des demokratischen Staates am Gemeinwohl für die Menschen deutlich wird, muss ein starker Sozialstaat dafür sorgen, dass die Staatsbürger zum Beispiel auf die Versorgung mit Sozialleistungen vertrauen können. Die westlich-demokratische Leitkultur steht für Fukuyama für die Erhaltung einer offenen Gesellschaft und damit die Demokratie, bei der die politische Macht aufgrund von Wahlen immer wieder neu zugeteilt wird und politische Führerinnen und Führer deshalb abgewählt werden können. Weitere Kennzeichen der westlich-demokratischen Leitkultur sind die sogenannte Rechtsstaatlichkeit und damit die Kontrolle bzw. Beschränkung der staatlichen Macht, um verhindern zu können, dass politische Führerinnen und Führer zu mächtig werden. Durch die sogenannte Trennung von Staat und Religion soll erreicht werden, dass der Einfluss von Kirchen und Religionsgemeinschaften und damit deren Macht den demokratischen Staaten beschränkt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass das Entstehen eines Gottesstaates, wie manchen Ländern des Nahen Ostens, bei dem die Staatsführung ausschließlich bei einer religiösen Führung liegt, verhindert wird. Um die Schaffung einer gemeinsamen nationalen Identität und damit eine Verringerung des Nebeneinanderlebens der verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreichen zu können, schlägt Fukuyama vor, einen sogenannten Verfassungspatriotismus anzustreben. Der Verfassungspatriotismus steht für ein Bekenntnis aller Bürgerinnen und Bürger eines Staates, unabhängig von deren Gruppenzugehörigkeit, Abstammung, Religion, bisheriger Kultur etc. zu den demokratischen Grundwerten des Staates. Die Förderung dieser Identifikation mit der eigenen Verfassung ist unter anderem eine Aufgabe der politischen Führung, des Bildungssystems und letztlich aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Maßnahmen zur Förderung einer nationalen Identität sollten sich an alle Bürger eines Staates, unabhängig von ihrer Kultur richten, um die emotionale Bindung an die Nation stärken zu können. Fukuyama lehnt ausdrücklich einen Nationalismus und Blindenpatriotismus ab und tritt für einen neuen Nationalstolz ein, der zum Beispiel durch Maßnahmen im Bereich des Sports, der Musik und Literatur gefördert werden können. Der Stolz auf die demokratische Gesellschaft kann sich unter anderem auf gemeinsame bisher erreichte Leistungen, wie zum Beispiel das Sozial- und Gesundheitssystem beziehen. Nicht nur nationale Symbole wie Hymnen, Rituale wie Feiertage und erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler können die nationale Identität fördern, sondern ebenfalls die Verpflichtung einzelner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Militärdienst, Sozialdienst und die Steuerpflicht. Alle Bürgerinnen eines demokratischen Staates müssen sich laut Fukuyama zur westlich-demokratischen Leitkultur bekennen und damit auch für die Rechte des Individuums eintreten. Der Schutz der Rechte der Individuen muss vom Staat auch gegen Vorgaben bestimmter Kulturen, wie zum Beispiel im Falle der Zwangsheirat, durchgesetzt werden. Da es aufgrund der vertretenen Werte der Aufklärung Grenzen für eine kulturelle Toleranz gibt, muss der demokratische Staat ein großes Interesse an einer wirksamen Integration bzw. Assimilation von Migranten und damit deren Anpassung an die eigene westlich-demokratische Leitkultur haben. Fukuyama betont einerseits die Notwendigkeit einer kontrollierten Einwanderung aufgrund wirtschaftlicher Vorteile und Notwendigkeiten, wie zum Beispiel einem Fachkräftemangel. Andererseits betont er die Notwendigkeit der Kontrolle des Zuzugs aus dem Ausland, da die Migration, also Zuwanderung, die Staaten bzw. deren Bevölkerung nicht überfordern dürfe. In diesem Zusammenhang erachtet er unter anderem zuverlässige Grenzkontrollen durch die Sicherung der Außengrenzen, die Verhinderung von illegaler unbegrenzter Einwanderung, strenge Einbürgerungsgesetze und das Verbot von Doppelstaatsbürgerschaften und damit das eindeutige Bekenntnis zu einer einzigen Nation als notwendig. Vielen Dank hier am Ende des siebten Videos zu Francis Fukuyamas Buch Identität für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du manche Gedanken dann gut nachvollziehen konntest und dass du dir ein eigenes Bild zu den Ansichten und Meinungen und Vorstellungen von Francis Fukuyamas Identität und gegenwärtigen Herausforderungen dann machen konntest. Ja, nochmals danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.